servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben noch mal ein paar freshe hotfixes die sich hauptsächlich um die splitter der herrschaft kümmern erst tauchte er nervt diesbezüglich auf dann hat blizzard gesagt nee wir nerven die doch nicht stattdessen werden sie jetzt sogar gebufft so schnell kann es gehen zumindest zwei dieser drei splitter bzw er dieser sockel boni werden gebufft wir haben zum ersten live geht das mit dem weekly reset sprich bei uns am mittwoch bloodlink also die blutverbindung schaden und heilung um 20 prozent insgesamt erhöht das funktioniert ebenso das ding pulsiert diese blutverbindung verursacht schaden und ihr werdet um 100 prozent des verursachten schadens geheilt und die überschüssige heilung wenn ihr beispielsweise voll seid geht dazu dann in einen verbündeten in der nähe der oder der low ist oder lower und jetzt egal welcher rang der damage den das ganze macht und die dazugehörige heilung um 20 prozent eben erhöht und wir haben die winds of winter winter winde schaden und heilung die von den winden gespeichert werden werden auf allen rängen um 45 prozent erhöht und da ist es letzten endes auch so jedes mal wenn ihr ein crit erzielt werden sechs prozent des effekts bis zu einem maximalwert gespeichert und alle 20 sekunden werden diese winde entfesselt und dieser angesammelte schaden wird ausgelöst und ihr werdet in einen wind gehüllt und dieser verursachte schaden wird auch in 100 prozent höhe als absorb schild für euch gut geschrieben also das wurde jetzt auch noch mal um 45 prozent erhöht die entwickler haben dazu auch noch eine kleine note hinterlassen und sie sagen dazu dass der unterschied zwischen den drei runen wörtern wenn man das so sagen kann dass er größer ist als sie sich das gewünscht hätten es hat wohl einen fehler bei diesen winter winden gegeben und gleichzeitig wurden die sachen noch mal alle gestärkt um mehr balance in dieses system zu bringen wobei wer hätte es auch gedacht dass 900 mainstead von den chaos bane brutal gutes welt da hätte sich ja eigentlich keiner denken können und hat man ja auch gott sei dank nicht auf dem ptr testen können nun gut nun gut nun gut jetzt wurde es angepasst und dazu haben wir jetzt noch zwei weitere kleine fixes schade dass es jetzt hier nicht verlinkt ist wir haben jotunger ruf des schicksals das ist eine waffe die bekommt ihr von den nein mit einem benutzten effekt folgt dem ruf und schließt euch den rein der wahlkür an erhöht eure sekundär werte um 195 auf normal variante der coolarm wird jetzt nach abschluss eines boss encounters resettet also könntet ihr dann quasi wieder wechseln und wir haben noch den tickenden sack des schreckens und ein dabei geht es nicht um euren ekligen nachbarn sondern vom postmeister dem tasawesh boss da gab es wohl auch einen kleinen fehler dieser sack hat wohl deutlich öfters ausgelöst als geplant das sollte nicht sein blizzard hat es gefixt jetzt knallt der sack eben weniger als vorher in diesem sinne sind wir durch mit den hot fixes ich bedanke mich bei euch fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video und